Wer hätte jemals gedacht, dass ein schwächliches Kind, geboren im Gefängnis, zum Retter der Menschheit werden würde? Ich. Und nun ist die Welt mein. Also hört mich an, ihr Gefangene. Erhebt euch! Kommt raus! Tötet die Gefängnisleiter, versklavt die Wächter! Zeig mir, was Verzweiflung bedeutet. Keine Gefängnisse, keine Polizei, kein Regime mehr zu bekämpfen. Oh. Niemand zu bekämpfen. Die echten Gegner sind alle gefallen. Diasmeo, auch der Sieg kann ein Gefängnis sein. Damit hätte ich niemals gerechnet.